Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Talbach. Ja, irgendwie, das weiß ich auch gerade nicht. Ja, wir sind hier noch die letzten Kleeballen weggefahren, ne? Nächste, Geschichte stellen wir eben auf den Hof ab. Und dann ist mir so eingefallen, äh, holen wir den Radlader eben rüber, dann ist mir so eingefallen. Svenny, wenn du die jetzt alle in den Stall schmeißt, kannst du gar keine Schafe kaufen. Nee, also dürfen wir die auch gar nicht alle in den Stall schmeißen. Sondern müssen auch welche noch rüberfahren, ne? Brauchen die nicht auch Klee-Silage? Oh nee, was ist das denn? Die standen aber eben noch, als ich weggefahren bin. Oh nee, ne? Oh, grande de malheur, schon wieder noch. Die ist zum Mäusermaken. Ich bin eben weggefahren, da standen die alle noch. Wusa. Hier, grande de malheur. Kann man direkt ein Foto von machen. Das ist echt manchmal nervig, ne? Z. Was ist denn jetzt? Bakumenia oder was? Z. Komm, direkt weg mit dem Schick-Craw. Da haben wir jetzt gerade gar keine Lust mehr drauf. P. Garage. Gemietete Fahrzeuge. Weg. Tschüss. Danke. So. Achtig brauchen wir noch. Achtig können wir eben direkt am Wagen wieder machen, ne? Dann den Radlader vom Feld mit dem Wagen. Brauchen wir ja auch noch. Dann können wir nämlich eben die Ballen in den Stall tun. Und alle sind vielleicht glücklich. Außer ich. Ich weiß auch noch nicht. So, komm. Gib Schub da, Kollege. Mann, Mann, Mann. Ey, nix ist auch doch. Unser IAC ist bald fertig, wa? Das ist ja der einzigste, was die ganze Folge... Oder die ganze Zeit jetzt läuft, ne? Der Cormac. Der löpt. Der Rest. Löpt noch nicht so. Aber das habe ich immer am Anfang, ey. Dann hast du hier 35.000 Baustellen. Nix ist fertig. Die Handbremse ist drin. Aber der ist bald fertig. Ich möchte mal ein Handy, ne? Ich kann es wohl manchmal aus dem Fenster schmeißen. Kennt ihr das? Was sind eure Kommentare, ne? Also schmeiße ich es nicht aus dem Fenster. Ich könnte ja mal die Töne ausmachen, ne? Nein. Bleiben wir an. So. Jetzt mit dem Ding in den Hof. Hopp. Gib Schub. Danke, danke, danke. Danke. Dann laden wir noch ein, zwei Bälle drauf auf. Na ja. Aber erstmal fahren wir den ganzen Tag in den Stall. Aber wir müssen ein bisschen ausholen. Vor allem müssen wir die in diesem Ingame-Tag später noch wieder rüberfahren, ne? Die verkommeln ja sonst. Ach nee. Ist ja ohne Seasons. Bist schon wieder voll in Seasons-Mod, ne? Nur weil ich jetzt die letzten Tage... Achso, ja. Dann habt ihr ja gesehen. Zwei Projekte jetzt mit Seasons vorbereitet. Bist schon wieder voll in Seasons-Modus, ne? Ich will da auch nix annehmen, du BM-Funker. Dann wohnen wir mal eben da. Nehmen wir mal eine Spannmutter. Hängt die ich mal ab. So, Bollen in den Stall. Die fallen eh gleich um. Das ist schon so vorprogrammiert wie das Arm in der Kirche. Concentration, please. Noch können Wetten angenommen werden. Schaffen wir es so ein bisschen Stall? Vielleicht aber doch. Ich habe immer noch nicht geguckt, wo der Mist spawnt, ne? So, Junge. Zap! Das haben wir schon mal, Leute. El Perfecto. Kommt Klee-Silage auch bei den Schafen? Das ist gerade gar nicht. Egal, wenn nicht, machen wir noch welche. Noch kaufen ein, zwei Ball. Klee frisch muss er annehmen. Oh, warte. Wusel. Wusel. Ja, läuft. Nicht so wie es soll, aber es läuft. Ja. Obwohl, die können wir besser eben für die Schafe gebrauchen, ne? Dann laden wir den mal eben auf. Dann haben wir nämlich davon schon mal einen. Wir können die nicht so rummeckern. Alles für die Schafe. Und die war aber schwungvoll abgelegt. Habt ihr das gesehen? Eben so ein bisschen hier den Malheur aufräumen. Kommst du, Mönchung? Den zieht sich keiner der Gewalt. Müsst ja schon bald reichen, oder? Obwohl, da geht immer ein ganzer Schwung rein, ne? Oh, ja. Auf welcher Seite ist denn der Mist? Der muss ja auf der Seite sein, wa? Müssen wir gleich mal reingucken, ey. Der muss sich bestimmt auch mal misten. Oh, den habe ich gerade so aufgepiekt, ey. Komm, ab auf den Wagen, da eben. Weiß nicht, was wir bei den Schafen da alle brauchen. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich glaube, da brauchen wir auch Clay-Silage, oder? Oder nur Gras-Silage. Weiß ich nicht. Ich habe schon lange keine Schafe mehr gemacht. Ich bin mir da. Wirklich wollte ich keine Ballen stapeln, ne? Aber ich mache es doch wieder, ne? Wozu habe ich mir denn so einen Wagen gemietet, dass ich die jetzt alle wieder selber stapel? Ja, ist so. Ja, ich weiß. Die 1455 ist fertig. Yeah. Perfekto. Jetzt haben wir einen neuen Schlepper, ne? Und im Endeffekt steht der nur rum. Kann ich ganz ehrlich sein. Der steht jetzt nur rum. So, Klee ist drauf. So, da kommt ihr mal in den Stall. Ja, mal in vorn. Müssten wir auch machen, ne? Ich habe keine Ehre. Warte mal, hm. Weiß ich auch gerade nicht so, ne? Nee, ne? Echte, kriege ich einen Film bei. Jetzt könnte ja auch mal was klappen, ne? Oh, echt, ey. Oh, wie viel trauerhaft. Ja, gib mal Gas da. Hier ist ja einer, der was macht. Ja, ich hab keine Ehre. Ich hab da noch was über. Vielleicht hab ich das eh immer nur durch die Gegend schmeißen. Könnte ich da auch was von abgeben, ne? So, kommt eben die in den Stall. Wir brauchen ja nur noch ein Klee-Silage aufladen, dann müsst ihr auch für die Schafe oder hinten reichen. Wir kommen jetzt so in den Stall. Doch, passt, wach? Oh, geht jetzt auf der anderen Seite schon was los? Äh, korrekt. Korrekt, Leute. Da müsst aber bald genug drin sein, oder? Ja, Mädels, ich weiß. Ich wollte nach Misten gucken, ne? Mach ich gleich noch. Hab ich nicht vergessen. Mann, 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 ey. Das nervt. Hoffentlich klappt das jetzt. Das hat ja super geklappt. Nicht. So. So. Auch. Gewinner. Mach ich. Es piekt seine mit auf und dann lässt er ihn wieder fallen, ne? Mann, ey. Elefantös. Nicht. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Und dann gucken wir nochmal ins Stall, wo der Mist ist. Ich habe den Mist noch nicht gefunden, den man ausmisten soll. Mann, 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 ey. Was ein Generve. Wenn du den richtigen Gang drin hast, kannst du auch besser reinfahren da, ne? Mann, oh, nee. Oh, nee. Wie hieß, haben wir ein bisschen den Malheur beseitigt hier, ne? Die Klee-Silage soll noch auf dem Wagen. Das muss dann zu die Schafe rüber. Dann können wir die nämlich auch bald kaufen. Und dann müssen wir noch ein paar Möhrchen für organisieren, ne? Und dann müssen wir Möhren säen, ne? Ja, das machen wir auf der Kleinecke, da wo Zucker rüber war. Perfekt. Das haben wir jetzt gleich. Können wir gleich mal drei Kreuze in Kalender machen. Juhu. Bleib da drauf. Ey, ich sag's dir. Jetzt, wenn ich es heute nicht mehr zu spaßen. Ruf da. Danke. Danke, liebe Spiel. Danke. Das ist ein Stück vorfahren, sonst können wir da gar nicht aufsteigen. So, das können wir, wenn wir Schafe kaufen, rüberbringen. Jetzt gucken. Wo müssen die gemistet werden? Hier? Gibt's ja nur noch eine Möglichkeit. Gibt's? Jetta? Verdammt, die Zeit. Nee, Leute, die werden doch gar nicht hier gemistet. War noch gar nicht. Die ist nur zu Mist. Jetzt spawnt er doch nur da. Seht ihr? Wird nur hier gespawnt. Toll, ey. Ich hab mich so gefreut. Ja, Leute, bei mir ist nix mit in Stahlmisten. Aber, liebe Leute, ich sag erst mal danke fürs Zugucken. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Auch wenn's totale Chaos-Folge war. Und wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.